Nächste Haltestelle Neuberesinchen. Die Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Nächste Haltestelle Mühlenweg. Nächste Haltestelle Wintergarten. Nächste Haltestelle Birkenallee. Liebe Fahrgäste, es gilt eine Maskenpflicht. Bitte tragen Sie stets Ihre FFP2-Maske. Vielen Dank. Dear passengers, please wear an FFP2-Mask. Thank you. Nächste Haltestelle Johann-Eichhorn-Straße. Nächste Haltestelle Nasdempne-Pschistanek, Dresdner Platz. Übergang zur Straßenbahnlinie 3. Liebe Fahrgäste, es gilt eine Maskenpflicht. Bitte tragen Sie stets Ihre FFP2-Maske. Vielen Dank. Dear passengers, please wear an FFP2-Mask. Thank you. Nächste Haltestelle Nasdempne-Pschistanek Bahnhof. Übergang zum Regionalverkehr. Nächste Haltestelle Kleistforum. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Kleistpark. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Kantstraße. Nächste Haltestelle Kießlingplatz. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Liebe Fahrgäste, es gilt eine Maskenpflicht. Bitte tragen Sie stets Ihre FFP2-Maske. Vielen Dank. Dear passengers, please wear an FFP2-Mask. Thank you. Nächste Haltestelle Gerd-Hauptmann-Straße. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Gerd-Hauptmann-Straße. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Immenweg. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Westkreuz. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Fahrzeugverkehr. Nächste Haltestelle Messegelände. Die Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Christopher Hau. Hän hat Oma. Hän hat Oma. nenhum COP. Hän hat Oma. Vielen Dank.